Hey Leute, das ist ein eher untypisches Julien Bam Video, aber es liegen mir so viele Dinge auf dem Schatten, die ich gerne mal mit euch teilen möchte. Deswegen legen wir auch mal direkt los und der erste Punkt auf meiner Liste ist... Der Taco ist Geldgeil. Es heißt, dass wir YouTuber immer nur auf das Geld aus sind. Und ja, womöglich habt ihr ja sogar recht. Ich kann natürlich für alle sprechen und deswegen möchte ich auch meine Stimme nutzen. Und aus dem Grund habe ich entschieden, meine Einnahmen heute, hier und heute offen zu legen, um einfach mal die Gerüchte, was ein YouTuber denn wirklich verdient, einfach mal klarzustellen. Da es ja der ein oder andere scheinbar besser weiß. Ich möchte euch anhand meiner Einnahmen, die ich euch nun offenlegen werde, aufzeigen, wie viel Taco wirklich mit YouTube verdient. Null Dollar.